Ja, liebe Leute, es ist Mai. Es ist Hafengeburtstag. Also vom Film habe ich gar keine Ahnung, aber von Selfie machen, davon habe ich eine große Ahnung. Oh ja, die Ahnung von Selfies hast du auf jeden Fall. Fotos macht sie immer ganz gut. Ich hoffe, ich sehe gut aus, obwohl ich ungeschminkt bin. Auch, du siehst immer gut aus. Kleiner Charmeur. Weil eins weiß Sascha, wenn es einem nicht gut geht, versuche da trotzdem einen aufzumuntern. Der Nachteil an sehr gutem Wetter ist natürlich, es ist poppevoll. So richtig poppevoll. Letztes Jahr habe ich hier mein Videokram gestartet quasi. Ich habe zwar schon mal ein Video gedreht gehabt im Krankenhaus, wo ich mich angehört habe, wie eine Schlaftablette. Jetzt ist das mit dem Gequatsche auf jeden Fall besser und das Equipment war weiter. Ein bisschen voll. Ja. Ja. Hat sich. So, es ist sehr voll. Das kotzt mich auch ein bisschen an. Aber bei dem Wetter, ich weiß auch nicht, wo Sascha ist. So, auf der Hafentreppe sind wir. Hier kann man ein gutes Timelapse machen, wie soll es auch sein. Sascha hat schon wieder was vergessen. Jetzt habe ich die Schnellverschlussplatte für mein Statin vergessen. Also müssen wir gucken, ob ich die Kamera irgendwie so fixiert bekommen, dass die Aufnahme auch was wird, ohne zu verwackeln. Tschau. Ich bin es! Tschau. 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 Hallo Sascha, hiermit will ich dir kurz sagen, hello, war ein wunderschöner Tag und wenn du das nachher siehst, hoffe ich nicht, dass du das bei YouTube hochlegst. Adieu, schlaf schön. Bis zum nächsten Mal.